Genau, an erster Linie danke ich beim Mattenlehrer als abschreckendes Beispiel. Wenn Sie das lesen, Herr Doktor, füllen Sie sich von ganzem Herzen. Es gibt Menschen, die brauchen Chemikalien, damit sie diesen ganzen Zustand erreichen, den Sie schon im Naturhaus haben. Wie nennt man so einen Amerikaner, der im Busch sitzt und wartet, dass du vorbeiläufst, um mich zu erschießen? Arschloch? Ein Kriegsverbrecher. Ah. Weiter, sonst kriegt man die. Vor uns im Haus, schießt man drauf. Keiner schießt. Nicht hinlegen, weiterlaufen, das bringt auch nichts. Weiterlaufen und drauf schießen. Und zwar Dalli. Ja, jetzt holen mich die Becher rein, ihr Idioten, ey. Weiterlaufen. Ey, wenn die sich hinlegen, da krieg ich echt, da krieg ich Pluck. Wir sind von links im Schuss. Ja, links im Schuss. Trotzdem weiterlaufen. Feindliche Schüttung im Haus Richtung Nordost. Ja. Besser, stopp, links im Linkse. Linkes Fenster. Ja, von links, ey, keine Chance. Ja, auf der Wand. Ja, das ist das halt, wenn die liegen, sich hinlegen, sind alle sofort tot. Na, ich komm nicht wohl mit. Ja, ja, ich lieg grad ganz gemütlich. Bist du der Vorderen oder der Hinteren? Äh, ganz vorne bin ich, glaub ich, du liegst drauf mir schon, ja. Okay. Du bist aber kein Sunny, ne? Das war jetzt einfach nur... Ja, ja. Okay. Trupp 6 rückt vor. Leban, ich würde vorschlagen, Ost. Da sind nämlich schon drei Pioniere im Haus. Da haben wir gute Chancen. Wir müssen nur über die Straße kommen. Naja, ich muss erst warten, bis hier alle nachkommt. Haus ist frei voraus. Das ist gut. Ja, das ist jetzt... Ich rauch die Kreuze. Ich glaub, hier mal sind wir voll. Ich trinke hier was. Wir warten. Was denn? Was denn? Ich rauch die Kreuze. Lowe, soll ich mich da tippen? Der Typ ist da. Der Typ ist voll rein. Schön, dass wir nicht einladen können. 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 Ah, das ist ein Mg-Schütze, ist da immer noch. Warte, entschuldig. Wir müssen kurz warten, dass Dutty was noch drin hat. Wir müssen gleichzeitig laufen, sonst haben wir keine Chance. Wir müssen rechts, wir müssen auf ein Uhr raus. Da ist kein Loch in der Mauer, sonst sind wir da viel schwutter. Hast du eine Spritze? Ready? Auf deinem Kommando, Nutella. Auf geht's. Ja, ich hab getrunken, ich bin ready. Auf geht's. Ja, danke. Aufstehen, Liban. Ich hab's vergessen. Ich wollt grad sagen, der MW geht ja da. Hat einer von euch eine Spritze? Hallo? Ja, danke. Mir nach, mir nach, mir nach, mir nach, mir nach, mir nach. Jawoll. Weiter, weiter, weiter. Den hab ich. Müsst gleich noch mal was trinken. Und hinten rein. Oh ja. Und rauchen dabei. Kommt hier rein, zu mir, zu mir, zu mir. Wir sind bei dir, wir sind bei dir. Wir sind bei dir. Okay, erstmal trinken. Oh ja, der nicht steht. Es geht schon, guck mal. Wir kommen halt nur langsam von, aber es geht. Ich fliege gar nicht los von dir. Das macht wahr. Ich hab zwei Händlerkipps schon verloren. Fuck. Ja, Töller, du hast Glück. Hinter mir sind noch Bullshit. Das andere ist halt alles offen. Ich bin noch dafür, das direkt zu machen. Noch ist es vertretbar. Oh, war aber Panzer bisher. So irgendwas, ein bisschen mehr Feuerkraft. Ich glaub. Ich seh' gar nicht. Ich seh' gar nicht. Panzer könnt ihr auf der Hauptstraße mit unterstützen. Also bei uns ist er nicht. Er hat keinen Bullshit. Also bis zu den vorderen Häusern ist die linke Seite frei. Dann bleib mal da für ein Rallye. Ich werd hier bestimmt gleich hochgeholt. Genau, von hier können wir auch hinter die erste Buschreihe einsehen. Und das direkt hinsehen. Komm mal. Ich brauch eigentlich da nur noch einen Funker. Freize Fahrt, weit im Norden vom Punkt. Wir setzen gleich einen neuen Rallye vorne. Vielleicht kannst du einen Funker der anderen Fuchs benutzen. Hier ist keiner leider. Wahrscheinlich ein Panzer. Na ja, links könnte gehen. Links könnte gehen. Wo bist du denn? Ein Haus weiter noch? Ganz vorne. Bleib mal. Nein, nicht weiter jetzt. Wir müssen jetzt hier rein in den Rallye setzen. Ja, ja. Ich schicke nach vorne in den Räumen. Ich weiß noch nicht wo das ist. Ja, ja. Ich bleib mal unten. Hier ist ein Feindrallye. Wie geil ist das denn? Was? Den lassen wir mal. Ich hab keine Granaten mehr. Hast du noch was? Jo. Komm bitte hoch. Die stehen schon östlich. Ich bin gespawnt. Direkt da steht einer am Rallye. Warte mal. Ja, wir machen 9. Ich bin hier vor der Tür. Ist jetzt hochgegangen? Ja, ja. Bei mir ruckelt alles wie Hölle. Ja, ist noch viel zu viel los hier. Das sind alle auf der einen Punkt. Ich spawn westlich am MSP und versuch diesen... Ja, hier richtig steht. Gut, sauber, sauber. Und weiter auf den Punkt. Dann jetzt hier auf Punkt 11. Da ist schon ein halber Punkt. Hier knallt's überall rund rum. Jo, jo. Einfach Stück für Stück. Einfach Stück für Stück. Wir kommen gut voran. Das sieht gut aus. Alle Toten, die hier rumliegen und dann haben wir's. Wir haben da eine Unterstellung. Wenn wir da rankommen, drei Kilo legen. Ja, ja, so machen wir das. Das kommt jetzt hier noch rein. Das darf doch nicht wahr sein. Das ist aber nicht unsere. Das ist unsere. Alter, was denn da passiert? Das ist gerade ein Abkommen. Nach den Stukas geh ich rein. Das ist gut aus. Das ist jetzt unser Moment. Und rein. Ab in den Gräben mit euch und verteilt euch. Nicht im offenen liegen. Ab in den Gräben. Ab in den Gräben mit euch und verteilt euch. Wenn dritter Punkt. Das sind die Stoßangriffe. Ja, ich auch. So müssen sie sein, die Stoßangriffe. Mega geil. Verschanzt euch hier drin. Wir cappen. Und das ziehen wir jetzt auch durch. Die kriegen uns hier nicht mehr raus. Wie die Ratten. Wannen wir mal raus. Wir müssen Bumpen machen und sie raus. Rausballern hier. Das ist weg. Danke. 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 Westen ist immer noch was Dankeschön Wunder Muster Die Hage jetzt aber wieder Der läuft fast vor die MP Lebt der Fahns noch? Ich komm rein Ja, der fährt wieder Wir haben unsere Position aus Jawoll Oh, du bist aber... Ja, ich muss nur was sicherstellen Die Sicherheit des Punktes hier gewährleistet Könnt ihr ja mal bitte bisschen Platz machen hier im Kram, ihr blockiert alles Legt euch bitte mal auf eine Seite, jetzt einfach alle quer Jungs, ich bin raus, schönen Abend euch noch Ciao Ach, die spawnen da am Punkt Links, 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 links Jungs, nah, an der Straße Okay Ati schießt Granaten raus Alles voll Oh, ich baum Pflaster, ich hab keinen Schwer Kommen uns weg Komm zu dir Beschreib mir nochmal wo das ist, nah an der Straße An der... Was soll ich dir sagen? Nordwesten, direkt an der Straße Nein, Spritzmesser Alles ist voll an der Straße, komm im Westen Da ist richtig was los Ja, ich... Wir haben den Punkt Ja, wir haben den Punkt sehr schön Die kriegen wir auf jeden Fall noch aufgesprochen Aber der Bunker, linke Seite, die Bombenmarke an der Straße Weißt du, da ist alles voller Gegner noch Scheiße Ja Die neue MSP da oben Ist alles voll Ich sag's dir mal Ja, egal Nein, es ist nicht egal, wenn du übergegnen Es ist mir scheißegal, wir nehmen jetzt das MSP und gehen Ich hab kleiner mehr Ja, da sterben alle Leute